Ich freue mich, dass du eingeschalten hast und heiße dich herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored 2 mit mir, dem Marco, dem alten Kaffee-Onkel. La la la, wie gesagt, lesen dürft ihr selber und ich muss mir mal ganz kurz einen Überblick verschaffen hier. Ist der eigentlich tot oder ist der bewusstlos? Der ist irgendwie tot. Töter am tötesten. Finde die Layla Kupperspoon. Finde einen Weg in den Dunwall Tower. Missionshinweise. Achso, halt ne. Missionshinweise, wie komme ich da hin? Sind verbarakadiert der Tower selbst eine Ruine. Es muss irgendeinen Weg zum Haupteingang geben. Alter Schwede. Ja, okay. Gut, wir gehen mal oben auf Kräfte. Wir haben Runen 2, die ich mir ja eigentlich noch sparen will oder so. Ich glaube, da habe ich schon alles, oder? Ja, da habe ich schon alles. Ja, ich muss mir mal ganz kurz einen Überblick verschaffen. Ziehe Gegner zu dir und töte sie oder setze sie außer Gefecht, während du Objekte ziehen kannst. Das kann ich schon. Verlangsamung, wenn du fällst. Mhm, 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 weiterreichst. Mhm, 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 mhm. Haben wir auch schon. Gut, ähm, das kann ich nicht machen. Das kann ich sowieso nicht machen. Ähm. Beweglichkeit verbessert die Höhe und Weite deiner Sprünge. Okay. Gut. Okay, wir haben zwei Runen. Moment, was war das? Okay. Mhm. La, la, la. Wir gehen weiter. Und es ist sehr, sehr düster. Und ich muss mal ganz kurz hier meine Uhr einschalten, damit ich nachher auch noch weiß, wie lange die Folge geht. Ähm, wir haben wo was? Was haben wir wie? Was haben wir wo? Okay. Alles klar. Ähm, was sagt denn unser Herz eigentlich? Mal so ganz nebenbei bemerkt. Eine Rune. Eine Rune habe ich gerade gesehen. 96 Meter. Okay, die ist ganz woanders. Boah, leck mich am Arsch. Was haben die mit meiner Stadt gemacht? Alter. Ich hoffe, wir kommen da quasi ungestraft vorbei. Okay. So. Dankeschön. Alter. Schawede. Was läuft hier? Irgendwie nichts Gutes. 83 Meter. Okay. Das ist bestimmt Delilahs Werk. Ja. Denke ich auch. Da hoch. Dann wollen wir mal uns hier. Oh oh. Wollte ich gar nicht. Uh 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 uh. Falscher Knopf. Alter. Wir legen uns den mal da hin. Und die hier legen wir uns mal da hin. Gut. Und dann. Oh oh. Die richtigen Knöpfe drücken her. von uns zu. Alter. Da hoch. Was? Echt? Da steckst du also. Okay. Okay. Es sind ein paar würde ich sagen. Verflucht noch eins. Herz sagt was. 78 Meter. Okay. Er könnte es mal da weg gehen eigentlich. Du. Alter. Gibt es das nicht oder? Alter. Wie machen wir das? Wo können wir denn? Wo könnten wir denn noch weiter kommen? Im letzten Leben bin ich vor Langeweile in einem muffigen Büro gestorben. Der nächste Tod wird spannender. Mh. Echt? Okay. Mh. 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 Das sieht eigentlich auch nicht so wirklich spannend aus. Das war kein Hammelfleisch. Mir egal was die sagen. Ich bin Hammel und das war keiner. Die steht immer noch da. Alter. Wer bist du? Alter. Die sind überall. Sechs. Drei. Da. Da hinten. Die sind einfach nur überall. Mh. Dürfen dabei die Tinkture nicht vergessen. Mh. Gut. Dann eben auch rauf aufs Dach. Was haben wir da unten? Da haben wir mal nichts. Da haben wir jemanden. Okay. Wir nehmen uns mal... MMM. Die Kraft hier zu machen. Wir machen uns die zunutze. Ich spüre, wie meine Macht sterbt. Jaja. Ich spüre dir auch gleich was. Das wirst du gleich merken, Mädel. Ich fühle ihren Geist. Gute Nacht. Okay. So. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Ich meinte, ich könnte drei miteinander verbinden. Aber gut. So. Die hätten wir mal aus dem Weg geräumt. Oh. Da hinten ist auch noch wer. Alter Schwede. Die sind ja überall. Alter. Okay. Was sagt mein Herzl? Die Rune ist irgendwo da hinten. Bei 69 Meter. Da hinten. Okay. Das heißt, wir werden an die so schnell nicht rankommen. Oh, das sind aber einige. Alter. Und meine Queste ist wo? Mal so ganz nebenbei bemerkt. Auch da. Und gut. Dann will ich mal wissen, was wir da drin haben. Okay. Nein. Wir schauen uns das mal an hier. Okay. Aha. Da ist die Schnalle. Okay. Da ist die Schnalle. Allzu viele habe ich ja nicht mehr hier, ne? So. Die wäre schon mal kein Problem mehr. Wer? Wo? Was? Wieso? Hier ist doch gar niemand. Erzähl doch nicht solche Sachen. Im Gewächshaus. Okay. Wir wollen uns hier erstmal umschauen. Ähm. Haben die hier irgendwie? Haben wir hier irgendwo Gegner? Ich sehe niemanden. Okay. Ja, schön. Mal gucken, ob ich hier irgendwas mitnehmen kann. Was haben wir eigentlich hier? Spähen. Okay. Ah, da kommen wir da vorne raus, wo wir die drei weggemacht haben. Gut. Wir schauen uns weiter um. Was haben wir hier? Was ist das? Pflanzenkasten. Bringt mir nur nichts. Gut. Ähm. Ohne oder Knochenartefakt in der Nähe. Wobei in der Nähe ja so eine Sache ist, ne? In der Nähe ist immer so eine Geschichte, aber hier scheint nichts zu sein. Nichts von größerer Bedeutung. Das Knochenartefakt halt. Ah, hier. Na, guck mal einer an. Ich kann eh nur fünf ausrüsten, wenn ich auch nicht weiß, warum. Gut. Dann haben wir hier noch eine Tür. Wo geht die hin? Und wir spähen hindurch. Okay. Oh, hi. Okay. Gut, gut, gut. Wir gehen wieder da hoch, glaube ich, am besten. Und wir gehen wieder da hoch. Komm, reagenerier dich. Danke. Und dann gehen wir da hoch. Ich glaube, dass die Erfolgsaussichten obenrum besser sind. Da unten ist die. Gut. Schauen wir mal. Einmal. Einmal. Kann ich dich? Oder du bist wahrscheinlich schon zu weit weg, oder? Ja, du bist zu weit weg. Fuck. 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 Lalalalalalala. Gut. Da unten haben wir da eigentlich irgendwas, was mir weiterhelfen könnte. Oh. Ich bin doch gar nicht da. Mann. Was habe ich denn im Repertoire? Ich habe schon noch ein bisschen was im Repertoire. So ist das ja nicht, ne? Da, 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 da. Ich könnte dich auch schlafen legen. Ha, Pfeile gehen mir langsam aus. Das ist auch nicht die beste Variante. Hm. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Was haben wir da unten? Nichts. Hm. Dann sollten wir die vielleicht einfach mal umgehen. Wäre natürlich auch noch eine Variante. Okay, schauen wir uns das mal an. Kann ich da unten eigentlich irgendwas holen? Man weiß es nicht, ne? Da scheine ich aber auch nicht so ohne weiteres rüber zu kommen. Ah. Ne. Nicht wirklich. Gut. Gut. Da zurück. Gut. Müssen wir uns was anderes überlegen. Schauen wir mal. Wo kommen wir denn hier hin? Okay. Geil. Da ist so ein scheiß Hundefiech. Wir probieren das mal einfach hier über diese... Ähm. Oh, da hat es überall diese scheiß Hunde. Alter, was ist das hier für eine... Nein. Nein. Gut. Da komme ich nicht rüber. Das ist zu weit. Das ist einfach zu weit. Was haben wir denn da unten? Was sagt denn unser Herz eigentlich? Mhm. Gut, gut. Oder auch nicht gut. Oh, oh. Ich muss euch irgendwie umgehen. Wie mache ich das am besten? Ja, gut. Ich würde sagen... Pass mal auf. Ich würde folgendes sagen. Wir machen die hier einfach mal so weg. War da was? Ne, ne? Nicht wirklich. So. Und dann gehen wir mal da runter. Gut. Dann brauchen wir wieder die hier. Vielleicht. Mal gucken, ob das funktioniert. Nein. Na komm her. Einmal. Na komm. Na komm. Und die hätte ich auch noch gern. Komm, 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 komm. Na komm schon. Ich weiß nicht, ob das mit dem Hund auch geht. Ne, mit dem geht's nicht. Shit happens. Okay. So, neue Versuch starten hier. Gut, die zwei hätten wir. Okay. Ups. Mit was? Nein, nein. Ich bin nicht da. Aber das könnte ich mir vielleicht zunutze machen. Warte mal. Nein, das war die falsche. Scheiße. Ähm. Ähm, ähm. Die da wollte ich haben. Einmal. Einmal. Nein. Jawohl. Nö, nö, da war nichts. Das hast du dir nur eingebildet. Die reine Einbildung. Na, komm her. Und tschüss. Sehr schön. Die hätten wir. Jetzt brauche ich noch den scheiß Wauzi da. Alter, ist das anstrengend. Wauzi. Ähm. Ich glaube, so wirklich hat den das nicht gejogt, oder? Vielleicht jetzt? Immer noch nicht? Alter. Hm. Scheiße. Aua. Da ist er. Komm her. Schnauze. So. Und tschüss. Alter. So. Wauzi ist weg. Sehr nice. Was haben wir denn hier noch? Oh ja, wir sind noch gar nicht so schlecht ausgerüstet. Alter. Kann man mal machen. Gut. Dann würde ich sagen. Hm. Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier weiter? Das ist ja die große Frage. Aber ich muss da oben rum. Ich glaube, anders wird das wohl nicht funktionieren. Da ist wahrscheinlich, da haben wir nichts gefunden. Wir gehen mal hier lang. Gut. Okay. Hier mache ich auch nichts aus. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Witzig, oder? Eine leere Kiste. Na, danke. Na, super. Eine leere Kiste. Ist ja nice. Was haben wir eigentlich da unten noch? Also nebenbei gefragt. Oh oh. Noch mehr. Leute und Tussis und weiß Gott was. Okay, was sagt unser Herz? Ja, das ist ein Knochenartefakt, das mich jetzt weniger interessiert. Da interessiert mich dann die Rune doch schon viel mehr. Okay. Was haben wir eigentlich da hinten noch? Haben wir da auch noch was, was wir mitnehmen könnten? Ah, guck mal einer an. Das nehmen wir doch gerne mit. So. Sehr schön. Oh. Okay. Alter, wie es hier aussieht. Ohne Scheiß. Also, wenn das nicht das düstere Ende ist, weiß ich es auch nicht. So. Wir gehen mal da hoch. Okay. Oh. Ich will da nicht unbedingt runterfallen. Oh. Das ist ziemlich hoch. Die ganze Angelegenheit. So. Alter. Würdest du dich bitte einmal umdrehen? Danke. Ciao. So. Was tot ist, macht einfach keine Probleme mehr. Spähen. Okay. Nicht so dreckig. Man riecht sie trotzdem. Wie viele Algen möchte unsere Herren Delilah haben? Und wofür sind die? Sag schon. Ich erzähl's auch nicht weiter. Sie braucht nur wenig. Herz. Und wenn du versprichst, deinen Mund zu halten, erzähle ich es dir. Wenn ich wüsste, wo die sind, ne? 18 Meter. Sie hackt eine großartige neue Magie aus. Okay. Das glaube ich gleich. Das nennt man dann auch manchmal größt. Könnte man dann auch größenwahn nennen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die sind. Da ist eine. Da muss aber dann ja theoretisch nochmal eine sein. Okay. Herz. Herz, 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 Herz. Rune, Rune, Rune ist da. 26 Meter. So. Nein. So. Äh. Lalalala. Ähm. Warte mal. Okay. Und tschüss. Sehr schön. Wo ist die Rune? Da. Alter. Die ist da. Okay. Ist die im Wasser? Wo ist denn die? Die könnte im Wasser sein, ne? Okay. Wo sind wir hier? Alter. Die können ja natürlich auch da unten sein. Wer bist denn du? Oh oh. Das sieht eher aus, als wenn die hier wäre. Alter. Okay. Oh oh. Oh oh. Na komm her. Scheiße. Doch, ich hab sie noch erwischt. Gut. Alter. Und tschüss. Alter. Und tschüss. Wo ist das? Alter. Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn das? Hm. Da hoch. Da runter. Hä? Alter. Willst du mich verarschen? Das gibt's doch nicht, oder? Okay. Was haben wir hier? Nichts. Gut. Wie komm ich jetzt da hin? Oh meine Fresse. Da runter. Alter. Oh, ist voll. Ah, okay. Dann. Stimmt doch gar nicht. Achso, Munition. Kann ich nicht nehmen. Ja. Das ist. Ja schön. Rune plus eins. Wie gesagt. Das könnt ihr. Ja. Einmal lesen bitte. Und wie das weiter geht, meine lieben Freunde. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Let's Play. Die Sonne 2. Bis dahin. Euer Maiko. Euer Kaffeeonkel verabschiedet sich. Have a nice day. Ciao, ciao.